Willkommen in Bielefeld, dort ist der BVB zu Gast, Mucke übernimmt den Gastgeber, Bielefeld hat mit Mucke in dieser Saison einen Sieg geholt und eine Niederlage, ist also ausgeglichen. Ich bin bisher mit Dortmund noch ohne Gegentor, hab zwar nicht alles gewonnen, aber immerhin ohne Gegentor. Mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt, Milbacher ist an der Pfeife und eure Tipps gerne mal in die Kommentarbox. Was glaubt ihr, während das FIFA-Match und die reale Begegnung und alle Statistiken findet ihr auf ultimate-kicker.de, denn Mucke ist mit Bielefeld insgesamt eigentlich sehr gut dabei gewesen. Aber ich sag mal, Dortmund hat natürlich einen extrem starken und schnellen Kader, das wird auch nicht so leicht jetzt, vor allem in FIFA 21, Schnelligkeit ist da ja immer sehr, sehr wichtig. Posten Das letzte Mal, was gut ist der Ahn hier. Kommt gut, die Ecke. Oh, ärgerlich. Oh. Alter, Alter, was ist das denn? Brand. Habe ich jetzt echt versucht, ein Sprintduell zu gewinnen? Oh, shit. Oh. Oh. Wow, Ecke Fosten. Du willst den Rekord vom letzten Mal noch mal. Nein, 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 nein. Darum geht's gar nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mist, schlecht gestellt. Ja, geht doch. Das war vernünftig. Bielefeld verkürzt. Das ist das erste Gegentor, das ich mit Dortmund jetzt passiert habe. Immerhin habe ich mal was von dir kaputt gemacht. Oh, gut gehalten. Ganz lässig mit einer Hand. Gute Ecke. Verteidiger und Keeper zusammen. Da ist einer verletzt. Der muss sogar auswechseln. Richtig so. Oh. Macht ihr da. Da war. Ja. Tor für Felicia Dottner Die Nummer 7 Jayden Sancho Ich hab jetzt schon Schiss vor der zweiten Halbzeit Weiß ich ja nicht Ich hoffe nicht Den wollte ich wieder nicht anspielen Den hat er aber geil abgeräumt Da in der Mitte Ich hab jetzt die selbe Karte gekriegt Das wissen wir ja beide Guter Block Stark gemacht Bisschen zu doll Eigentlich ist ja wie Kindergarten Geburtstag Boah Reus Na komm Brandt Alleine Ja genau Alltag den geht nicht dahin Ja Naja Na toll Keiner da Schön gespielt Hör mir auf zu loben Der ist doch glatt gelogen Aber deine passt auch wirklich gut Oh Müssen wir 11 Meter draus machen Hau ab da 11 Oder Wegen Plätzen Wir müssen an der Quote arbeiten Ja Ja So Jetzt haben wir ein paar Karten zu notieren Mal Willst du irgendwann alle 11 aufstellen Oder Ja Ich versuch's Also ein richtig gutes System Bei den Standards Hab ich noch nicht Also Eckbälle ja Aber So Das muss ich noch mal in Ruhe üben Mal was überlegen Mann Da musst du viel früher reagieren Ja Wer Weiß wir nicht Er war es Du hast dich jetzt versucht gegen die Kuschel Gegen Schulz durchzusetzen Genau Boah 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 Nur das war knapp da mit der so schwer Aber wo seid ihr denn alle? Gut mitgenommen und gut verkackt, Mucke Schule ist Ast rein, wird der Bestseller, wird mein neues Buch. Die rufen schon alle an, wegen der Schule. Oder fordern meine sofortige Absetzung. Das ist kein Erzählen. Tore für den BVB. Uiuiuiui. Hä? Keine Ecke? Okay. Das war's. 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 Das war's.